Hier habe ich speziell für die deutschsprachigen unter euch ein YouTube-Kanal geöffnet, wo ich 53, meist ältere, meine Filme habe können retten. Aber leider wegen Zensur unter Druck der Schweizer und vor allem SchweizerInnen sind hunderte meiner Videos auf Deutsch für immer verschwunden. Und hier im letzten Kurzvideo, hier diese da, gebe ich eine Ankündigung von einem einstündigen Interview, was ich gestern spontan an einem YouTube-Fan gegeben habe, der mich gestern besucht hat und was auf seinem Kanal zu sehen ist. Und wo ich in dem Ankündigungsvideo alle Informationen gebe, wie und wo ihr das Interview finden könnt. Also nochmals, der Link von dieses Kanals lässt sich in der Beschreibung unter dem Film. Also ihr geht in diesem Kanal, wo 53, meist älteren, deutschsprachige Filme sind. Dann klickt ihr hier auf den letzten Film. Gestern, den 18. März 2023, hatte ich Besuch eines deutschsprachigen Fans meiner Videos. Und hier geht ihr hier da unten in der Beschreibung spontan ein Interview von fast eine Stunde gegeben. Auf dem Kanal des Fans, was die deutschsprachigen unter euch. Und dann klickt ihr da drauf. Und jawohl, da ist sein Kanal. Und hier ist der bewusste Film. Das Interview.